Kannst du mir mal das Labor zeigen, wo diese komischen Untersuchungen mit den acht Beinen gemacht werden? Das Labor von der Uniklinik müsste ja riesig sein. Naja, so riesig ist das Labor auch nicht. Es ist etwas klein. Ähm, warum denn klein? In der Uniklinik gibt es doch gar keine kleinen Labore. Du glaubst mir nicht? Dann zeige ich dir das dann. Ich gehe mal dahin. Das hier ist das Labor. Ist eher winzig. Oha, das ist aber wirklich ein bisschen klein. Kaum vorstellbar. Woher kommt das denn? Beim Absaugen ist ein erheblicher Teil verloren gegangen. Und ist jetzt irgendwo. Keine Ahnung, wo der Rest ist. Wie willst du denn hier die Spimmelarme züchten? Das wird eher schwierig. Oder besser gesagt unmöglich. Eigentlich sollte hier auch meine Spinnensammlung sein. Die ist aber hier gar nicht. Dann sind die wohl irgendwie geflohen. Und im ganzen Haus verstreut. Ich hasse Spinnen. Ich habe nur die Bananenspinne hier. Die gehen, wenn dann, nur zu Bananen. Woher hast du denn die Bananenspinne her? Hast du etwa ein Tierheim mit Krabbeltieren ausgeplündert? Nein, die bekommt man ganz entspannt im Supermarkt bei den Bananen. Die rufen mich immer an als Kammerjäger und ich sammle dann die Bananenspinne ein. Und ich wollte gerade eine Banane essen. Ich frage mich nur, wo die anderen sind. Ich vermisse, dass der Sergio was für die Bananenspinne einsammelt. Na ja, so langsam bin ich auch pleite. So viel Spenden kann ich da jetzt auch nicht. Vielleicht sind die ja in dem anderen Teil vom Labor. Ah, was ist denn aus der Küche geworden? Dann hat sich dieser Spenden-Marathon mit dem neuen Geschirr bezahlt gemacht. Das ist aber ganz schön viel Glas. Ich bevorzuge da lieber die normalen Teller. Was ist denn hier los? Ich wollte mir eigentlich einen guten Morgenkaffee machen. Aber hier ist ja gar keine Kaffeemaschine mehr. Hier kannst du bestimmt auch Wasser heiß machen und Krümmelkaffee verwenden. Das ist viel zu viel Arbeit. Ich nehme immer den Kaffee Vollautomat. Das ist immer viel schneller. Verwöhnte Jugend. Zu meiner Zeit hab ich immer handgebrünten Kaffee gemacht. Was meinst du, was das aufwendig war? Kaffee malen und dann aufbrühen? Ich sammle Geld für eine neue Kaffeemaschine. Deine Luxus-Kaffeemaschinen will aber keiner kaufen. Die sind viel zu teuer. Ohne Kaffee muss ich dann scheinbar wieder ins Bett gehen. Ah, hier ist scheinbar das Labor, was der Patrick suchte. Ich werde ihm mal eine Nachricht schicken, dass das hier ist. Oh, 8% Akku nur noch. Du kannst den Patrick auch rufen. Das haben wir früher auch gemacht. Und verbraucht auch kein Akku. Ich kann dir Handys mit größerem Akku anbieten. Nur heute zum Sonderpreis. Statt 1299 nur 999 Euro. Der Deal hört sich eigentlich fair an. Aber momentan bin ich leider eher blank. Bei mir kannst du natürlich auch selbstverständlich abbezahlen. Und zahlst keinen Prozent Zinsen. Hm. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Eine Sache noch voll mir von Neutria. Die Brasilianische Wanderspinne oder Bananenspinne. Genannt gehört zu dem Familie der Kampspinnen. Sie gelten als hoch aggressiv und sind sehr giftig. Um, das wäre wichtig. Spannende. Ruhe. Vielen Dank. Stimmen?